und damit heiße ich euch herzlich willkommen dark desert mein name zu einer ersten folge trialsfusion hier auf den kanal jetzt in der ersten folge jetzt in der ersten folge hätte ich gesagt gibt es erstmal eine mittlere stricke bisschen zum eingewöhnen hoi wenn ich muss etwas üben etwas üben damit ich besser werde denn mittleren strecken gehen wo die schweren strecken sie sind momentan noch richtig schwer ihr seht schon ich kämpfe schon auf die mittleren hast du seine mittlere wo ich den teils wieder hoch zack und da ist er oben so genau auf jeden fall muss ich ja besser werden und deswegen spiele ich hier ein paar runden auf meinen dark desert account und lasse euch einfach mal teilhaben bei dem was ich mache wenn es euch gefällt dann lasst ein like da oder ein abo und dann bemühe ich mich auch hier besser zu werden und schwierigere strecken zu spielen uiuiuiui das war aber knapp und jawoll so geht es was war das das ziel was muss ich denn da machen ach so warum bin ich jetzt da gerade explodiert ich habe das gar nicht überrissen was da passiert ist ok das ist mal eine andere art von ziel dann würde ich sagen sind wir uns bei der nächsten runde jetzt starten wir die zweite runde auch die bahn wieder mittel mittel ist glaube ich ganz gut zum üben und ab und zu haue ich da mal eine schwere rein ok läuft ganz gut bis jetzt ich habe die bahn ausgewählt weil es eine schöne atmosphäre ist so sah es zumindest ein bild aus ob die mir jetzt gefällt optisch auf jeden fall schon mal ja und vom fahren her auf jeden fall auch schaut ganz gut aus schwierigkeitsgrad genau richtig für mich goldmedaille ich würde sagen da hat man noch eine runde dran und da geht es auch schon zur letzten strecke ein bisschen ein strand feeling oh ja oh da bin ich ein bisschen aus dem konzept gekommen aber nicht so schlimm es ist ja eigentlich nur eine mittlere mit der man oftmals mit der pitweiber zu schnell unterwegs ist habe ich so das gefühl aber bis jetzt läuft es ganz gut ok jetzt brauchen wir eigentlich nur das gas geben und ich hätte gesagt das ist die goldmedaille dann bedanke ich mich fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten mal dann dann Vielen Dank.